Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian und in diesem kurzen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Mandanteninformationen in Scafmax Connect hinterlegen können, damit zum Beispiel die Materialliste oder Angebote mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Firmenlogo ausgegeben werden können. Los geht's! Bevor Sie also Ihr erstes Angebot abgeben oder eine personalisierte Materialliste ausgeben mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Firmenlogo, müssen wir erst einmal in die Administration gehen und die Mandanteninformationen angeben. Keine Angst, das ist ganz einfach und das zeige ich Ihnen jetzt Schritt für Schritt. Alle Dokumente, die Sie in Scafmax Connect erstellen sollen natürlich Ihre individuellen Kontaktinformationen und Ihr Logo beinhalten. Damit diese perfekt auf den Dokumenten erscheinen, müssen wir einmal in die Administration gehen und dort die Mandanteninformationen oder auch weitere Informationen wie Steuerinformationen, Rechnungsinformationen hinterlegen, damit zum Beispiel diese auf dem Angebot erscheinen. Oder auch zum Beispiel auf dem Dashboard Ihr Firmensitz angezeigt wird, der dann für spätere Funktionen noch wichtig sein wird. Aber genug der Vorräte schauen wir uns an, wie das geht. Wir wechseln einmal dazu auf Scafmax Connect. Ich bin hier bei der Anmeldung unter connect. Scafmax.de. Hier oben geben Sie dann Ihr Mandantenkürzel ein, Ihr Benutzername und Ihr Passwort. Wir sind hier noch in einer komplett neutralen und leeren Oberfläche. Wir wechseln einmal hier links in die Administration und der Mandant. Hier im Allgemeinen Tab können Sie nun Anschrift, Kontaktinformationen und das Logo hochladen. Ich fülle jetzt einmal diese Felder aus und Sie bitte auch. Hier unten beim Logo können Sie entweder das Logo per Drag & Drop hier in dieses Feld ziehen, oder einfach über den Windows Explorer auswählen. Das Logo wird dann entsprechend des jeweiligen Dokuments skaliert auf der Ausgabe. Unter Steuer, Registrierungsnummer und Zahlungsinformationen können Sie zusätzliche Informationen angeben, die gerade vielleicht für ein Angebot, wo Ihre Rechnungsadresse draufsteht, wichtig sind. Diese Informationen reichen schon, damit zum Beispiel im Puter einer Ausgabe Ihre Kontaktdaten hinterlegt sind. Das Ganze einmal speichern und damit sind wir auch schon am Ende dieses ganz kurzen Videos, wo ich Ihnen zeige, wo Sie Ihre Mandanteninformationen eingeben. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns anzusprechen oder auch einfach hier bei dem Video in die Kommentare schreiben. Bevor ich mich jetzt verabschiede, noch der wichtige Hinweis. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie einen Daumen nach oben da. Ansonsten gerne natürlich auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, die Benachrichtigungen aktivieren, damit Sie kein zukünftiges Tutorial mehr verpassen. In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.